Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, dem Tasty Grief. Heute review ich die Ristorante Pizza Quattro von Maggi und ja, habe ich hier mal fix gemacht. Ich muss sagen, die sieht echt lecker aus, das gönne ich mir einfach mal hier ein Stück. Also eine 4-Käse-Pizza ist das hier sozusagen, hier. Ich finde, das sieht sehr lecker aus, gönne ich mir mal. Also es ist eine Tiefkühl-Pizza. Übel nice. Also, sehr empfehlenswert. Also Leute, wenn man die Pizzas bei Ristorante sind übel nice, aber die ist auch übel nice. Oh sorry, hier im Auszeige im Weg. Und joa, also kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, falls man die mal sieht. Wer so auf Käse-Pizza und so steht, dem kann ich die auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich sage Leute, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Tasty Grief. Bis zum nächsten Mal, euer Tasty Grief.